Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Video in unserer Serie Durch die Bibel lesen. Als Gemeinde wollen wir gern durch die Bibel lesen und uns ist wichtig, dass wir Gottes Wort mehr kennenlernen. Und ich lade dich ein, jetzt mit dabei zu sein, wenn wir durch das zweite Mosebuch lesen. Wir sind schon so mittendrin und heute will ich einen Überblick geben über das, was wir in den nächsten Tagen lesen werden. Zweite Mose Kapitel 21 bis 30, das ist der Abschnitt jetzt für die nächsten Tage und wir kommen quasi gerade von den zehn Geboten. Kapitel 20 haben wir die zehn Gebote, die Gott dem Volk Israel gibt. Das Volk Israel ist gerettet worden von Gott aus Ägypten und jetzt gibt es eine ganze Menge Anweisungen. Und wenn du das liest, kann das sein, dass du den Eindruck hast, das ist so ein bisschen zäh. Okay, und das ist auch manches vielleicht ein bisschen holprig oder nicht ganz so nah für unser Erleben. Aber ich will dich trotzdem ermutigen, das zu lesen und versuche jetzt in diesem Video so ein bisschen den Blick zu geben, damit dir das hilft, wie du diese Kapitel lesen kannst. Also es geht darum, dass Gott seinem Volk Anweisungen gibt für das praktische Leben. Wie sollen sie leben als Gottes Volk? Und das kommt vor allem in den Kapiteln 21 bis 23. Da gibt es Anweisungen für das Leben. Wie sollen sie mit Sklaven umgehen? Wie sollen sie damit umgehen, wenn jemand einen anderen umbringt? Zum Thema Schadenersatz, zum Thema Götzendienst, zum Thema Ehe, zum Thema Nächstenliebe und Umgang mit den Schwachen. Dann gibt es Anweisungen für große Feste und so weiter. Also es geht darum, wie das Volk Gottes praktisch lebt zur Ehre Gottes. Wie es Gott gefällt, wie es zu Gott passt. Und dann in Kapitel 24 haben wir ein Highlight im zweiten Mosebuch. Das ist der sogenannte Bundesschluss am Sinai. Dort lesen wir, dass Gott mit all seiner Herrlichkeit auf den Berg Sinai kommt. Dass Mose den Berg hinauf steigt, was er vorher ja schon gemacht hat. Und er bleibt dort 40 Tage und 40 Nächte in der Gegenwart Gottes. Und das ist der Bundesschluss, den Gott mit seinem Volk schließt. Gott schließt sozusagen einen Vertrag. Das ist ein Bund, ein Vertrag. Und er sagt, ich stehe treu zu meinem Wort und zu meinen Verheißungen, die ich schon Abraham gegeben habe und die jetzt relevant sind für euch. Gott steht zu seinem Volk. Er hat Israel gerettet, er hat es zu seinem Eigentum gemacht und er tritt in eine Beziehung zu Israel und hängt sich selbst an sein Wort. Das bedeutet dieser Bundesschluss. Und dann haben wir in den nächsten Kapiteln, die Kapitel 25 bis 30, genau genommen bis 31, aber wir lesen jetzt ja in diesem Abschnitt bis Kapitel 30, haben wir Anweisungen für den Bau der Stiftshütte. Wie soll die Stiftshütte gebaut werden? Und wir haben Anweisungen für die Priester. Wie sollen sie aussehen? Was sollen sie tun? Und ihr bekommt jetzt ein Bild eingeblendet, wo ihr eine Stiftshütte seht, ein nachgebildetes Bild. Und da haben wir eine ganze Menge Elemente. Da geht es um die Bundeslade, Schaubrottisch, der goldene Leuchter, die Zeltbahn, die Bretter, die Vorhänge, das Öl für den Leuchter, der hohe Priester mit seiner Kleidung, die Priester, wie sie eingesetzt sind und so weiter. Also ich brauche jetzt nicht alles vorlesen. Das dürft ihr in den nächsten Tagen tun, diese Kapitel lesen. Es geht um die Planung des Baus von dieser Stiftshütte mit ganz vielen Details. Und das ist wichtig. Gott ist das wichtig, dass er so viele Kapitel in seinem Wort diesen Details widmet. Und für uns ist vielleicht manches da eben ein bisschen schwierig oder wir empfinden das nicht so praktisch oder was bedeutet das für uns. Aber ich will dir helfen, dass du diesen Blick hast und sagst, hey, hier geht es um Gott und seine Beziehung zu seinem Volk. Wie drückt sie sich aus? Wie kann ein heiliger Gott mit einem sündigen Volk zusammenleben? Gott wählt den Weg der Stiftshütte, um unter seinem Volk zu wohnen, um ihnen nahe zu sein. Und die Stiftshütte ist ein Beweis dafür und ein Hinweis auf genau diese Beziehung und auf Gottes Wesen, dass er heilig ist und dass das Volk sündig ist und dass sie zu Gott kommen müssen oder können unter bestimmten Voraussetzungen. Und natürlich enthält die Stiftshütte auch eine ganze Menge Hinweise auf Jesus Christus, auf den, der der perfekte Priester ist, der perfekte hohe Priester. Er ist das perfekte Opfer. Er ist der einzige Zugang zu Gott ab dem Neuen Testament. Kein Vorhang ist mehr notwendig. Er ist Gott in Person. Es ist kein anderer Wohnort mehr, wo Gott wohnt, sondern in Jesus kommt er leibhaftig auf die Erde. Und so gibt es viele Vorschattungen auf Jesus und auf das, was er für uns getan hat. Aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Lies selbst. Lass dich von Gott beschenken. Einfach in den nächsten Kapiteln. Ich wünsche dir viel Freude. Ich wünsche dir Gottes Segen beim Lesen vom zweiten Mosebuch. Bis bald. Tschüss. 事 � 리放t. Ich wünsche dir Gottes Segen beim Lesen. Vielen Dank.